Ludwig Hartau war ein deutscher Schauspieler. Leben der bekannte Theaterschauspieler und Dozent, zu dessen Schülern U. A. Ursula Krieg zählte, wagte im Alter von 35 Jahren den Sprung in das noch junge Metierfilm. Den Durchbruch zu einem begehrten Filmschauspieler schaffte er erst nach 1916. Unter Regisseuren wie Ernst Lubitsch und Fritz Lang wirkte er in zahlreichen Stummfilmen mit. In Hans Steinhoffs Streifen der falsche Dimitri war er ursprünglich für die Hauptrolle als Ivan der Schreckliche vorgesehen. Ludwig Hartau verstarb 1922 auf dem Höhepunkt seiner Filmkarriere. Filmografie 1912, Europäisches Sklavenleben 1915, Die Tänzerin 1916, Edemans letztes Rennen 1916, Die Sektwette 1917, Der Fall Dombronowska-Klemencho 1917, Der Antiquar von Straßburg 1917, Wenn Frauen lieben und hassen 1918, Mr. WU 1918, Menschen, die durchs Leben Irren 1918, Das Keinszeichen 1919, Hungernde Millionäre 1920, Anna Bolin 1920, Johann Baptiste-Ling 1920, Verkommen 1921, Kämpfende Herzen 1921, Verbrechen aus Leidenschaft 1922, Marie Antoinette 1922, Kinder der Zeit 1923, Der Mann mit der eisernen Maske 1923, Der Schatz der Gesine Jakobsen. 1922, Erологme 80 Investor mind Gloria 1922,rer Gebäten中國 1929, Verbrechen 2027, Verbrechen